MOTORGUIDE 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 In dem Sinne, dass man sagen könnte, das wird schwierig oder wirklich erwähnenswert schwieriger. Man merkt, es fängt später auch an, dass es etwas felsiger wird, steiniger und vor allem auch ein bisschen schrofiger, wie man hier gut sehen kann. Ich fange jetzt dann auch an, rein mit der Kopfcam zu filmen. Hier links übrigens war die Kreuzspitze, rechts davon die Geierköpfe. Ab hier habe ich auch das erste Mal die Kopfcam auf. Die behalte ich jetzt auch auf, weil ich einfach, keine Ahnung, ich hatte keine Lust mehr irgendwie die abzunehmen. Von dem her behalte ich die auf und habe euch quasi noch ein paar brisante Stellen reingeschnitten. Das war jetzt eine schrofige Stelle. Es wird nicht viel schwieriger. Was man sagen muss, hier sieht man schön die Latschenkiefern, da führt der Pfad durch. Man wird hier höchstwahrscheinlich bei guten Wettern, wird man hier Menschen begegnen. Das ist nicht so tragisch, weil, das sieht man gleich oben nochmal am Gipfel, man hat einen Ausblick auf die Kreuzspitze, Zugspitze, die Geierköpfe und vor allem die Hochplatte, die ja, ich glaube, 2080, 82 Höhenmeter hoch ist. Das ist ein sehr beliebtes Ziel im Vergleich zur Scheinbergspitze, obwohl die Aussicht auf der Scheinbergspitze schon gigantisch ist. Also ich habe oben natürlich, gibt es wieder einen Rundumblick für euch, den könnt ihr euch dann anschauen. Da sieht man einen Teil davon, natürlich nehme ich da jetzt nicht so viel vorne weg, weil das soll jeder für sich genießen. Ihr seht hier in dem Video hauptsächlich den Weg. Zu dem kann ich auch nicht allzu viel sagen, weil, ja, vom Prinzip ist schon alles gesagt. Hier sieht man eine Stelle, extra nochmal nach unten gefilmt. Es ist schrofig, Latschenkiefern, es ist aber letzten Endes immer noch ein normaler, einfach begehbarer Pfad. An manchen Stellen, und das muss man jetzt nochmal erwähnen, ist vielleicht durchaus Schwindelfreiheit und auch Trittsicherheit gefordert. Hier, schöner Blick auf die Geierköpfe, links die Kreuzspitze, zwischendrin, also zwischendrin direkt rechts neben der Kreuzspitze, das ist übrigens die Zugspitze. Und dann führt der Weg immer weiter. Man sieht zu diesem Zeitpunkt, also bis zu diesem Zeitpunkt, wo man hier jetzt sieht, hat man noch kein einziges Mal das Gipfelkreuz sehen können. Sprich, wenn man jetzt unser Video hier gerade hier nicht angeschaut hat, dann weiß man auch gar nicht, wo es eigentlich endet. So ging es jetzt uns zum Beispiel, das ist ein Überraschungseffekt, den werdet ihr gleich mitbekommen. Weil jetzt sind wir nämlich fast da, wo wir eigentlich dachten, das ist übrigens meine Mom, die da mit ist, hier, zack, da dachte ich eigentlich, okay, wir wären jetzt oben. Und dann schaut man darüber und denkt sich, what the fuck, da hinten ist das Gipfelkreuz, man sieht es jetzt schon. Im Klartext heißt es für einen selber, ja, man muss jetzt da nochmal runter und hat dann nochmal einen Gegenanstieg von höher, als man sich gerade befindet. Ja, was soll man machen, das weiß man unten halt nie. Ist aber jetzt auch nichts Dramatisches. Hier ist, da fängt der kleine, äh, der Abstieg erst einmal wieder an, vorm neuen Aufstieg. Bei uns muss man sagen, wir waren jetzt im, äh, relativ im Frühjahr unterwegs. Und man sieht es auch des Öfteren in den Aufnahmen. Also es war Hölle, was da bei uns an Fliegen rumgeflogen sind. Also es war ja kaum auszuhalten, das war ganz schlimm. Das muss man abkönnen, aber ich denke mal, so gegen Sommer hin oder Herbst hin, äh, legt sich das dann durchaus wieder. Es lag sogar noch ein Tickchen Schnee da auf der Höhe bei uns, was ja auch nicht mehr selbstverständlich war, bei über 30 Grad, über mehrere Tage. Äh, hier haben wir jetzt auch schon diese Zwischensenke erreicht und ab jetzt fängt auch schon wieder der Gegenanstieg auf, äh, an. Und, ja, ihr werdet es gleich sehen. Also ab da würde ich sagen, braucht man auf jeden Fall Trittsicherheit, denn es wird ein bisschen arg schotterig und, äh, Schwindelfreiheit zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch mal vorausgesetzt. Weil, guckt man nach rechts oder links, hauptsächlich jetzt in dem Moment gerade rechts, was man da im Video sieht, da geht es halt auch mal ein bisschen runter. Aber die Schwierigkeit allgemein von dem Weg ist jetzt nicht so, dass ich behaupten würde, äh, da wäre eine nennenswerte, großartige Schwierigkeit dabei. Grob zusammengefasst würde ich sagen, die Scheinbergspitze ist wirklich ein schöner Aussichtsberg. Also, kann man sich durchaus mal reinziehen. Ähm, was wir, was uns aufgefallen ist, es gibt einige Leute gerade aus der Umgebung, die gehen da einfach mal schnell zum Spaß hoch, auch mit Hund. Setzen sich oben hin, essen gemütlich, schauen sich die Aussicht an. Ich würde diesen Berg sogar als familientauglich bezeichnen, durchaus. Ähm, natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht geboten, Kindern ist klar. Aber grundsätzlich sehe ich da jetzt keine großartige Schwierigkeit. Kletterstellen, in dem Sinn gab es keine. Das hier sind alles noch normale Schrofen, das sieht jetzt ein bisschen dramatischer vielleicht aus, als es wirklich war. Aber grundsätzlich ist das machbar. Hier kommt jetzt auch schon der Gipfelansturm, das heißt hier nochmal eine ganz kleine Gratwanderung. Und dann auf zum Gipfelkreuz. Ja, so viel eigentlich dazu. Das war jetzt die erste Aufnahme, die ich übrigens alleine gemacht habe. Äh, weil Nati nicht dabei war, nimmt sie auch nicht mit auf. Das habe ich mir jetzt vorgenommen, mache ich jetzt mal alleine. Komische Sache. Da fehlt einfach jemand, der mitredet, aber naja, muss man halt selber ein bisschen mehr labern. Jetzt müsste auch nicht der Ausblick kommen, das heißt für mich, das Video ist so gut wie zu Ende. Ähm, ich habe eigentlich alles erwähnt, familienfreundlich. Hier, schöner Ausblick, Kreuzspitze, Zugspitze, Geierköpfe. Viel Spaß, zieht es euch rein. Und MontoGuide wünscht euch viel Spaß. Aber ich glaube, es geht jetzt noch weiter, oder? Ja, dreht sich noch, okay. War jetzt, war ich ein bisschen zu früh dran. Trotzdem schon mal viel Spaß. Hier hört jetzt dann auch irgendwann gleich das Video auf. Denke ich mal, sollte eigentlich, hallo, aus, Ende und Amen. Oder nicht? Oder doch? Doch. Ich glaube, es geht noch.